Dann kommen wir jetzt zu einem, ich muss sagen, höherer Wunsch-Segment auf YouTube. Sebastian, gab es mal gute Kommentare. Also ich möchte damit nicht sagen, dass es nur schlechte gibt. Es gibt viele gute, aber es gibt auch viele schlechte. Leider Gottes. Und der Chris hatte eine Idee. Der meinte nämlich, könntet ihr im nächsten Podcast die Vertragssituation der einzelnen Spieler durchgehen? Sind doch einige, bei denen der Vertrag zum Ende der Saison oder spätestens 2023 ausläuft. Und als ich diesen Kommentar gelesen habe, dachte ich mir zuerst, ja, das sind zwar ein paar, aber so viele sind das ja gar nicht. Und dann habe ich heute mal durchgezählt. Sebastian, halte ich fest, in den nächsten 19 Monaten laufen 16 Verträge aus. Das ist schon eine Menge. Ja, das ist nicht so wenig. Also da müssen wir jetzt mal schauen, wen wir denn gerne halten wollen würden. Und ja, bei wem es vielleicht gar nicht so leicht wird, weil er zum Beispiel nur ausgeliehen ist und der VfB keine Kaufoption hat. Und wir schauen erst mal aufs Jahr 2022, würde ich sagen. Denn das ist natürlich das akute Problem sozusagen für den VfB Stuttgart. Und der prominenteste Name, so würde ich es sehen, ist dann erst mal Marc-Oliver Kempf. Das ist eigentlich das Thema, das wir in den letzten Wochen immer mal wieder, ja, auch hier im Podcast beackert haben. Wechselt er oder bleibt er vielleicht sogar noch beim VfB Stuttgart? Sein Vertrag läuft 2022 aus. Es hieß mal zwischenzeitlich, er hätte sich schon mit Hertha WC geeinigt und würde dann 2022 nach Berlin wechseln. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ich glaube, das wurde inzwischen auch dementiert. Wobei, also sollte er sich wirklich schon so früh festgelegt haben, wird er jetzt wahrscheinlich so ein bisschen mit den Knien schlottern, weil bei Hertha sieht es ja nicht so gut aus. Und ich weiß nicht, ob er nochmal Bock hat auf ein Zweitliga-Jahr. Von daher, also bei Marc-Oliver Kempf sage ich so, wie es ist. Wenn man es irgendwie hinbekommen könnte, jetzt doch nochmal mit ihm zu verlängern, hätte ich absolut nichts dagegen. Ich finde, das ist ein toller Spieler. Der passt auch so zum VfB. Also auch vom Leistungslevel her, würde ich sagen, ist das eigentlich so ein perfekter Innenverteidiger für den VfB Stuttgart. Der kann sich auch noch weiterentwickeln, meine ich. Die Frage ist halt, mit wie viel Kohle gibt er sich zufrieden. Und der VfB hat ja relativ klar kommuniziert. Es gibt ein Angebot. Höher können wir nicht gehen. Entweder er nimmt das an oder er geht halt. Und das ist im Endeffekt jetzt der aktuelle Stand. Wie siehst du es denn? Also muss der VfB jetzt vielleicht nochmal nachbessern, um Kempf zu halten? Oder sagst du, Reisende soll man nicht aufhalten? Wie ist da dein Standpunkt jetzt nach den ersten sieben Spielen auch, die man ja mit Kempf zusammen bestritten hat? Ja, er hat ja wirklich Höhen und Tiefen gehabt. Hat dann gut angefangen mit den Toren gegen Fürth. Dann ein bisschen nachgelassen. Jetzt dann wieder getroffen. Also schon drei Saisontore wirklich richtig stark. Dann dazwischen aber wirklich auch schwächere Auftritte, wo man sich ja gefragt hat, na, geht ihm diese ganze Wechselthematik schon so ein bisschen an die Nieren. Aber ja, grundsätzlich, ich glaube, ich sage es in jeder Folge, die wir aufnehmen, ich bin großer Kempfi-Fan. Mich würde es total freuen, wenn er bleibt. Aber ich sehe den VfB jetzt auch nicht in der Pflicht, irgendwie das Angebot nochmal nachzubessern. Also ich denke, das wird schon passen, so wie man es abgegeben hat. Und jetzt liegt es halt am Spieler. Und wenn er dann tatsächlich gehen sollte, dann hat ja Missynd hat auch bewiesen, dass er dann in der Lage ist, da einen adäquaten Nachfolger zu finden. Und vielleicht ist er mit Ito sogar schon da. Weiß man ja nicht genau. Aber ja, also mich würde es freuen, wenn er bleibt. Und wenn er geht, dann ist es halt so. Aber du hast auch gesagt, wenn jetzt wirklich die Hertha sein bevorzugter neuer Arbeitgeber wäre, dann wird der auch nicht gerade attraktiver jetzt im Laufe der Spielzeit. Und jetzt ist, glaube ich, heute noch der Geschäftsführer irgendwie, hat angekündigt, sich zurückzuziehen. Also denen stehen auch noch unruhige Zeiten bevor, denke ich. Ja, ich würde auch sagen, Tür offen halten. Und wenn er sich dann für einen anderen Verein entscheidet, dann ist es halt so. Ja, wäre schade. Aber wie gesagt, das Heft des Handelns liegt sozusagen jetzt beim Spieler. Daniel Diaby, auch da läuft der Vertrag 2022 aus. Ich gehe mal davon aus, dass das auch wieder ein leistungsbezogener Vertrag ist. Also was ich damit sagen will, ist, dass es gut sein könnte, wenn er eine gewisse Anzahl an Spielen absolviert, dass der Vertrag sich dann nochmal verlängert. Würde mich zumindest nicht wundern, wurde so noch nicht kommuniziert. Aber mal ganz grundsätzlich, sollte er einen frei verhandelbaren Vertrag haben, also sprich, sollte der ganz normal auslaufen und dann eben ab April zur Disposition stehen. Wie siehst du es da bei Diaby? Ist das für dich ein Spieler, wo du sagst, den kann man ruhig nochmal im Kader halten und sozusagen als Allzweckwaffe auf der Bank platzieren oder sagst du, okay, jetzt reicht es ja nochmal irgendwann? Boah, ich glaube, unsere Allzweckwaffe hat jetzt in dieser Saison 95 Minuten gespielt. Also nee, ich würde sagen, das war okay, jetzt nochmal für diese Saison zu verlängern. Aber man sieht ja, sein Stellenwert für die Mannschaft nimmt halt wirklich, glaube ich jedenfalls, rapide ab. Und ich sehe da kein weiteres Jahr. Ja, es sieht fast so aus, als ob Pellegrino Matarazzo jetzt nicht allzu sehr auf Tane Diaby setzt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Man weiß natürlich nicht, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also es kann schon sein, dass Diaby nochmal zur Option wird und sich vielleicht dann auch festspielen kann. Schwer zu prognostizieren. Aber ich sehe es ehrlich gesagt auch so, dass man mit Dani Diaby jetzt nicht unbedingt nochmal in ein weiteres Jahr gehen muss. Das wäre für mich jetzt auch ein Kandidat. Da könnte ich mit leben, wenn das hier beim VfB im Sommer 2022 endet. Ähnlich sehe ich es bei Eric Thommy. Auch hier läuft der Vertrag im Sommer 2022 aus. Bestimmt ein guter Typ. Als Spieler würde ich sagen, auch sehr solide. Aber ich habe A, das Gefühl, dass Matarazzo mit ihm nicht allzu viel anfangen kann. B, habe ich auch das Gefühl, dass er gar nicht so sehr ins System passt. Seit seiner Rückkehr aus Düsseldorf, muss ich zugeben, werde ich auch mit ihm nicht mehr so richtig warm. Ich fand so seine Anfangsphase, nachdem er ja im Winter, was war es, 2019 zum VfB kam. War das 2019 oder war es 2018? Ich glaube, es war 2019, oder? Ja, ich glaube schon. Das war dann unter Weinzierl, ne? War das dann? Das war unter Weinzierl. Das lässt sich ja jetzt noch schnell herausfinden. Also bevor wir jetzt hier ein bisschen erzählen. Also er wechselte tatsächlich im Januar 2018 zum VfB. So war es. Ah, okay. Ja, das war dann unter Korkut. Ja, tatsächlich. Und da hat er mir richtig gut gefallen. Und ja, war dann auch in Düsseldorf ein guter Spieler, muss man sagen. Aber beim VfB hat es irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Und von daher, ich glaube, Tommy hat auch einen relativ gut dotierten Vertrag. Ich würde fast sagen, auch bei ihm, ja, das war es dann beim VfB. Ja, sieht fast so aus. Ich glaube, ja, auch schon relativ substanzielle Gerüchte, jetzt in der Sommerpause, dass er noch wechselt. Und davor, glaube ich, auch in der Winterpause. Das war noch, weißt du es noch? Weil seine Mutter aus Russland kommt, dass er irgendwie dann nach Russland wechselt und so weiter. Das war letztes Jahr im Sommer. Das war letztes Jahr im Sommer. Ja, genau. Also er ist irgendwie jedes Jahr, in jeder Transferperiode ein heißer Wechselkandidat. Noch ist er da. Aber ich glaube auch, das wird sich dann zum Ende dieser Saison ändern. Dann haben wir Hamadi Al-Ghadoui. Auch hier läuft der Vertrag 2022 aus. Da tue ich mich halt schwer, weil ich mag Hamadi Al-Ghadoui. Aber das ist nicht so los. Das kannst du natürlich jetzt hier nicht als einziges Argument anführen, wenn du einen teuren Vertrag mit einem Spieler aufsetzen möchtest. Also ich sage mal so, er hat alles getan, was er konnte, um beim VfB Stuttgart Sascha Kaleitsch zu ersetzen. Aber man merkt halt, das reicht nicht ganz. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er jetzt aktuell eine Option von der Bank ist. Da frage ich mich halt, okay, was soll das dann? Also dann können wir eigentlich auch hier sagen, sollte er jetzt gesund bleiben und nicht nochmal irgendwie so eine Nummer passieren, dass er sich praktisch gar nicht empfehlen kann für andere Vereine. Aber selbst dann würde ich sagen, nee, komm, ey, das war es jetzt. 2022 ist Schluss. Er hat hier gute Arbeit geleistet. Gerade im Zweitliga-Jahr hat er das gut gemacht. Und ja, vielleicht findet er nochmal irgendwie einen kleineren Bundesliga-Verein oder in der Zweiten Liga einen Verein, der um den Aufstieg mitspielt oder so. Aber ich glaube, beim VfB endet die Reise im Sommer 2022. Ja, vermute ich auch. Obwohl er ja unser zweitmächster Torschütze ist mit zwei Treffern in dieser Saison. Aber gerade auch im Hinblick auf die jungen Talente, die nachkommen. Dann muss er und Co. dann hoffentlich dann zur neuen Saison wieder fettigst. Ein TBD, den wir angesprochen haben. Also da gibt es ja ein paar Spieler, die halt wesentlich jünger sind und die dann quasi sich auch diesen Platz als Backup-Stürmer dann erstreiten wollen. Also ja, da sehe ich auch eher schlechte Karten für ihn. Florian Schock ist der Nächste. Ist natürlich jetzt ganz prominent, dadurch, dass er wahrscheinlich gegen Gladbach von Beginn an spielen darf. Auch bei ihm läuft der Vertrag 2022 aus. Und ich habe ja ein paar Mal so im Off-Air-Gespräch mit diversen Leuten schon erwähnt, dass ich das schon auch deshalb interessant finde, dass Matarazzo Schock zum dritten Torhüter ernennt, weil eben der Vertrag jetzt im Sommer ausläuft. Und mit Sebastian Hornung hat man zum Beispiel im Sommer erst den Vertrag verlängert, weil man ihm damit auch nochmal signalisieren wollte, wir setzen auf dich. Wenn der Gral, da war ja eigentlich angedacht, dass der 2022 aufhört, wenn der Gral fertig ist hier bei uns, dann wirst du die Nummer drei. Und mit Schock hat man offensichtlich diese Überlegungen nicht angestellt. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie kann er sich jetzt empfehlen beim VfB im Profitraining? Also das ist für mich schwer zu prognostizieren. Möchte man mit ihm dann verlängern oder eben nicht? Wenn er sich gut anstellt, ja klar, wirst du mit ihm verlängern. Ansonsten, also wie gesagt, kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie da so die Perspektiven sind für Florian Schock hier beim VfB. Und vor allen Dingen, was er auch selber möchte. Vielleicht sagt er, ich möchte regelmäßig spielen. Dann muss er natürlich wechseln. Also keine Ahnung, wie da der Markt ist für so einen jungen Torhüter. Schwer zu sagen, aber super spannende Personalien. Jetzt stell dir vor, der macht halt jetzt irgendwie ein oder vielleicht sogar zwei Spiele jetzt für den VfB in der Bundesliga. Hält sogar noch gut. Dann stehen ihm vermutlich irgendwie alle Optionen offen. Und wenn es halt nichts wird, dann eher nicht. Also das ist für mich wirklich jetzt sehr, sehr spannend, wie sich das mit Florian Schock gestaltet. Der Vertrag läuft aus. Trotzdem spielt er vermutlich am Samstag dann im Bundesliga. Also da muss man wirklich ein Auge drauf haben. Kann sich eine gute Verhandlungsposition haben. Oh ja. Ja, also das stimmt schon, ja. Dann haben wir noch drei Laien, die enden werden. Konstantinos Mafropanus, da wurde ja relativ klar kommuniziert, was da passieren wird. Also da gehen wir fest davon aus, dass der VfB Stuttgart zum einen sowieso zuschlagen muss, weil sie die Klasse halten. Aber selbst wenn der VfB absteigen würde, gehe ich davon aus, dass man diesen Spieler verpflichtet und im schlimmsten Fall ihn dann direkt weiterverkauft. Also ja, bei Mafropanus gehe ich fest von einem Verbleib aus. Bei Oma Mamouche ist es ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Erstmal möchte ich ihn noch eine Weile spielen sehen, weil ich finde ihn geil. Das ist so ein Mentalitätsspieler auch ein Stück weit. Der versucht auch das Publikum mit einzubeziehen und so. Aber er hat schon auch noch ein paar Schwachstellen, an denen er arbeiten muss. Aber er bringt schon viel mit und ist eigentlich auch so ein typischer Missenthaltsspieler. Von daher, wenn es die Möglichkeit gibt, Oma Mamouche für einen guten Betrag zu verpflichten, keine Ahnung, wo ich den jetzt ansetzen würde, irgendwas zwischen drei und fünf Millionen, würde ich sagen. Könnte ich es mir vielleicht vorstellen. Aber das ist jetzt für mich kein Musstransfer oder so. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, reicht mir nicht, um zu sagen, den müssen wir auf Teufel komm raushalten. Alles eine Frage des Gehäldes, würde ich mal so sagen. Bei Missenthalts würde es mich auch nicht wundern, wenn er den irgendwie für eine Million verpflichtet. Ja, genau, weil er irgendwie seine Verhandlungspartner irgendwie über Tisch zu ziehen scheint. Nee, aber Oma Mamouche, also du hast gesagt, wir müssen wirklich abwarten, was die Saison noch bringt. Aber man kann auch jetzt schon festhalten, er bringt natürlich nochmal ein neues Element ins VfB-Spiel. Also ähnlich wie ein Koulibaly ein neues Element reingebracht hat durch seine Dribbelstärke, durch seine Tricks, durch sein Tempo, dann aber auch durch seine Aggressivität. Also das hat was. Also da kannst du nicht sagen, der ist jetzt genauso ein Spieler wie irgendein anderer Spieler im Kader, sondern das, was er reinbringt, das bringt so in der Qualität kein anderer rein. Und wenn sich das über die Saison dann auch auszahlt, dann finde ich, ist er wirklich eine Bereicherung für den VfB. Und eine Frage des Geldes für dich dann auch. Natürlich, das sowieso, ja klar. Bei Ito ist es so, auch hier gibt es also keine Kaupppflicht, sondern eine Kaufoption für den VfB Stuttgart. Da gehe ich auch davon aus, dass der VfB diese Option ziehen wird. Voraussetzung ist natürlich immer, dass Ito gesund bleibt. Ich meine, was, eine halbe Million? Oder habe ich das jetzt... Es war relativ wenig auf jeden Fall, ein relativ kleiner Betrag, ja. Also da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, mache ich aber nicht. Ich würde so grundsätzlich sagen, ja, Ito musst du eigentlich schon als Backup-Lösung für einen abwandernden Kämpf dir holen. Und auch das ist ein Spieler, ich glaube, da machst du wenig falsch, wenn du dem verpflichtest. Aber Ito ist der neue Kaminski. Der wird dem Wert nicht weit fallen, ja. Also das, ja genau, ist ein guter Backup. Gleichzeitig sehe ich da schon auch noch Potenzial. Also der kann auch wirklich zum Stammspieler werden. Ja, gehe ich von aus, dass der VfB Stuttgart sich Ito holen wird im Sommer 2022. So, und dann schauen wir auch auf das Jahr 2023, was ja inzwischen auch wichtig geworden ist. Also ein Jahr vorauszuschauen, weil man möchte natürlich den ein oder anderen Spieler auch zu Geld machen. Und gerade was die Vertragssituation von einigen Spielern angeht, die eben nur noch bis 2023 Vertrag haben, muss man sich schon die Frage stellen, wer da so alles im kommenden Sommer den Verein verlassen wird. Also ich fange mal an mit Sascha Kalajdzic, der eben nur bis 2023 Vertrag hat beim VfB Stuttgart. Hier sehe ich durchaus Möglichkeiten, dass aufgrund seiner Verletzung und, ja, einfach einer schwierigeren Situation, sich jetzt für andere Vereine anzubieten, der VfB die Möglichkeit haben könnte, nochmal mit Kalajdzic zu verlängern. Also dass man praktisch sagt, pass auf, der Vertrag läuft aus 2023. Du wirst wahrscheinlich dann ab Januar wieder eine Option für, ja, für unsere Elf sein. Dann hast du ein halbes Jahr, dich zu zeigen. Das reicht dir wahrscheinlich nicht, um dich jetzt wirklich für große Vereine zu empfehlen. Deswegen bieten wir dir an, wir verlängern bis 2024, du kriegst ein bisschen mehr Kohle. Und wenn dann doch jemand kommt mit, ja, einem unmoralischen Angebot, kannst du auch schon 2022 gehen. Sowas in der Art könnte ich mir mit Kalajdzic vorstellen. Also ich würde natürlich versuchen, mit ihm zu verlängern, keine Frage. Aber, ja, das richtet sich natürlich so ein bisschen danach, was, oder wo Kalajdzic seine Zukunft zieht. Also glaubt der, dass er jetzt im Sommer direkt einen großen Verein finden kann, spekuliert er darauf? Oder sagt er, ich mache es wie der Kempf, ja, und ziehe sozusagen ins Vertragsloh, äh, mit auslaufendem Vertrag ins letzte Jahr? Schwierig vorherzusagen. Aber, Sebastian, ich denke mal, wenn du die Möglichkeit hast, mit ihm zu verlängern, musst du es machen. Absolut, denn wir dürfen ja nicht vergessen, Sascha Kalajdzic ist dann demnächst zweieinhalb Jahre beim VfB und hat noch nie vor mehr als neuneinhalbtausend Zuschauern gespielt im Stuttgart. Und, also, das kann ja nicht sein. Also, der muss ja jetzt unbedingt mal dann vor einem vollen Stadion spielen und dann wird er von sich aus den Vertrag verlängern wollen. Bei Atakan Karasor läuft der Vertrag auch 2023 aus und da wird es jetzt schon interessanter. Also, der hat sich, finde ich, jetzt eigentlich, möchte ich nicht direkt sagen festgespielt, aber er ist einfach eine Größe geworden in dieser Mannschaft. Das hat man ihm vielleicht auch so gar nicht mehr zugetraut nach einem durchwachsenen Zweitliga-Jahr. Da liegt nicht alles glatt. Im ersten Bundesliga-Jahr zu Beginn auch nicht so gut, aber hat sich dann, oder hat die Chance genutzt, die er bekommen hat, als dann viele Spiele ausgefallen sind in der Rückrunde und ist jetzt eigentlich regelmäßig dabei von Beginn an und macht das auch ganz ordentlich. Ist natürlich jetzt die Frage, ob man sagt, komm, den geben wir ab, machen ihn noch zu Geld, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch ein paar andere Centen geben könnte. Man hat ja schon von Interesse aus Italien gehört. Warum nicht? Also, warum nicht versuchen, den jetzt im Sommer abzugeben, noch ein bisschen zu kassieren und dann Adieu zu sagen? Oder ist das für dich ein Spieler, den du unbedingt halten musst? Nee, unbedingt nicht. Aber ich glaube halt, dass sein Nutzen für den VfB und für die Mannschaft größer ist, als das, was du an Ablösesumme generieren könntest. Insofern, denke ich, ist er wirklich ein Kandidat für eine Vertragsverlängerung. Okay, und wie siehst du es bei Philipp Förster? Auch da läuft der Vertrag 2023 aus? Genauso. Also, ich würde sagen, jetzt bei aller Liebe, dass jetzt Caruso und Förster jetzt beides keine Spieler sind, die auf dem Transfermarkt so wahnsinnig sexy sind, die aber für den VfB einen sehr, sehr großen Wert haben. Und für mich sind das auf jeden Fall zwei Spieler, mit denen man verlängern muss. Also, bei Caruso hat man ja gehört, dass Atalanta Bergamo Interesse haben soll. Ja, das wäre natürlich dann schon auch ein Verein, der ein bisschen Kohle hätte und auch für Caruso vielleicht in der Lage wäre, so was wie sechs Millionen hinzulegen. Wie siehst du es da? Also, wenn man wirklich dann so fünf, sechs Millionen für so einen Spieler bekommen könnte? Ja gut, wenn man natürlich in die Bereiche reinkommt, dann muss man nochmal drüber reden. Klar, also dann, denke ich, ist der VfB auch auf die Transfererlöse dann angewiesen. Und wenn du für einen Spieler wie Caruso dann fünf, sechs Millionen bekommen könntest und der Spieler sich dann auch sportlich, würde ich jetzt sagen, verbessert, das ist nochmal eine andere Geschichte dann, klar. Ja, dann haben wir Roberto Massimo. Auch da läuft der Vertrag 2023 aus. Und ich würde auch gleich noch Tongi Koulibaly mit reinnehmen. Auch da läuft der Vertrag 2023 aus. Durchaus vergleichbare Spielerpotenzial. Oder anders gefragt, wo siehst du jetzt das größere Potenzial? Bei Koulibaly oder bei Massimo? Wenn du nur mit einem verlängern könntest, wen würdest du nehmen? Ich glaube, ich würde tatsächlich Massimo nehmen. Weil ich bei ihm noch mehr Potenzial sehe als bei Koulibaly. Ich glaube, wir haben den Peak-Koulibaly schon so gegen Dortmund gesehen. Richtig geil, aber dann halt auch nicht wieder rangekommen. Und bei Massimo sehe ich halt nach wie vor noch Potenzial, dass er noch mehr zeigt, als er bisher gezeigt hat. Und das fand ich auch noch gar nicht so schlecht. Das Problem ist halt wirklich, dass die Mannschaft echt cool ist. Und eigentlich möchte man mit jedem Spieler verlängern. Ja, das merke ich auch. Also bei der Frage, die ich dir jetzt gestellt habe, habe ich auch kurz natürlich überlegt, was soll ich jetzt eigentlich machen? Ja, ist schwer. Also ich könnte mir vorstellen, dass du so auf dem freien Markt für Koulibaly eine höhere Ablöse erzielen könntest. Dass der sich einfach leichter verkaufen lässt. Und es wäre natürlich toll, wenn der jetzt nochmal so richtig auftritt und es dann wirklich auch ein Angebot gibt, das man schwerlich ablehnen kann. Und dann bin ich auch bei dir. Dann kannst du mit Massimo weitermachen. Aber ich sehe es so, dass du ein wahrscheinlich abgeben kannst im Sommer. Ja. Weißt du, dass du da noch ein bisschen Geld verdienst. Und ja, da würde ich es wirklich davon abhängig machen, wie jetzt eben diese Saison verläuft. Also beide haben ja die Möglichkeit, sich in der Hinrunde regelmäßig zu zeigen, weil eben dann Silas Kartonballkumpa fehlt. Genau, die haben die Möglichkeit, sich zu zeigen. Und der es da sehr gut macht und vielleicht dann, wie du sagst, auch noch ein bisschen das Potenzial aufzeigt für Größeres. Mit dem würde ich natürlich auf jeden Fall versuchen zu verlängern und mit dem anderen vielleicht dann doch die ein oder andere Option abwägen, ob man da nicht noch ein bisschen Geld verdienen könnte. Weil gerade so Koulibaly, das ist halt so ein Spielertyp, ich könnte mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere Klub in England sagt, komm, also da legen wir mal acht Millionen hin. Also es klingt total illusorisch, sage ich jetzt mal so. Aber ich glaube, in England gibt es da ein paar Interessenten, die durchaus bereit wären, für so einen Spieler das Geld hinzulegen. Ja, vor allem ist ja die Gleichung Misslintat plus Junges Talent plus Frankreich ist auf jeden Fall ja sexier als die Gleichung Reschke plus Talent aus Bielefeld. Insofern gebe ich dir da recht. Also Koulibaly ist dann vermutlich irgendwie so der attraktivere Transfer. Für Klubs, die sich nicht so gut auskennen vielleicht. Wie siehst du es bei Philipp Klement? Auch hier läuft der Vertrag 2023 aus. Verlängern oder? Also ich mache es mal kurz. Ich würde auf keinen Fall verlängern. Nee, sehe ich ähnlich, ja. Wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, würde ich versuchen, ihn noch zu verkaufen für kleines Geld und das Projekt Klement sozusagen damit abschließen. Aber verlängern würde ich auf keinen Fall, ja. Nee, diese Verbindung VfB-Klement, das hat glaube ich zu keiner Zeit irgendwie das eingelöst, was sich beide Seiten davon versprochen haben. Insofern denke ich schon, dass sich da die Wege trennen werden, früher oder später. Ja, schön gesagt. Nikolaus Nartei tue ich mir ein bisschen schwer, muss ich sagen. Also ich kann den Spieler immer noch nicht so ganz einschätzen. Ich fand das, was er in der dritten und zweiten Liga gezeigt hat, das war alles ziemlich gut. Gut, das war ordentlich. Ich könnte mir vorstellen, dass Nartei so ein Spieler ist, den man vielleicht nochmal verleihen könnte. Dann musst du natürlich den Vertrag verlängern. Also ich habe so das Gefühl, dass Nartei jetzt ungefähr da ist, wo Orel Mangala Ende 2000, oder im Sommer 2018 war, also zum Ende der Saison 2017, 2018 war. Da sehe ich jetzt momentan Nikolaus Nartei. Und ich fand, also Orel Mangala hat das sehr gut getan, dann dieses Jahr in Hamburg zu spielen. Ja. Und genau so eine Station würde ich mir für Nikolaus Nartei nochmal wünschen. Also einfach ein sehr ambitionierter Zweitligist, der auch das Spiel machen muss. Also wo er viel involviert wird ins Aufbauspiel, harte Zweikämpfe führen muss. Irgendwie fehlt dieser Step noch. Also beim VfB sehe ich ihn aktuell noch nicht als Kandidaten für die Startelf. Aber er muss spielen. Also das ist halt genau jetzt der Punkt. Er muss halt jetzt regelmäßig spielen. Beim VfB kann er das nicht. Deswegen vielleicht nochmal verleihen. Vorher eine Vertragsverlängerung bis 2025 oder so. Und dann an die Hertha verleihen für den Wiederaufstieg. Für den Wiederaufstieg. Meinst du? Ja, zusammen mit Kempf. Die kennen sich ja schon. Nee, also das würde ich, glaube ich, versuchen. Ja, wir haben ihn beim VfB noch eigentlich so gut wie gar nicht gesehen. Also man kann ihn wirklich ganz schlecht einschätzen. Aber wenn du jetzt auch eben dann gesagt hast, der ist dann der Kapitän der dänischen U21. Also der scheint ja was auf dem Kasten zu haben. Aber wir haben es halt hier in Stuttgart noch überhaupt gar nicht gesehen. Und ich möchte mal gerne sehen, wie gut er wirklich ist und was er drauf hat. Und wenn das halt aber beim VfB jetzt noch nicht so funktioniert, dann muss man halt überlegen, was man mit ihm macht. Und die von dir angesprochene Laie dann mit vorheriger Vertragsverlängerung klingt für mich logisch. Und zum Schluss kommen wir zu einem Spieler, das sage ich dir gleich vorweg, mit dem würde ich sofort verlängern. Das ist Mo Sanko. Auch hier läuft der Vertrag 2023 aus. Und ich finde, man muss die aktuelle Situation ausnutzen. Und zum Mo Sanko sagen, pass auf, wir verlängern erstmal. Komm, Junge. Ja, bis 2030. Ja, oder genau, noch länger. Und das schreibt mal hier unten. Wir setzen voll auf dich. Ja, also da kannst du dich auch ganz schnell in die Nesseln setzen, dass du dem jetzt einen Vertrag gibst bis 2027 und er nie wieder Fußball spielen kann. Hoffentlich wird es so nicht kommen. Aber eins ist klar, also du musst jetzt eigentlich mit Mo Sanko verlängern. Also mit dem möchte ich jetzt nicht ins letzte Vertragsjahr gehen, ohne vorher irgendwie schon die Sache hier geregelt zu haben. Also da hoffe ich einfach, dass der VfB jetzt im Laufe der Saison bekannt gibt, dass man mit Mo Sanko irgendwie einen Vertrag aufsetzen konnte und er hier längerfristig beim VfB spielen wird. Ja, ich glaube, ich habe keinen vergessen. Das waren so die Spieler. Wir haben, glaube ich, gut herausgearbeitet, welche Spiele uns wichtig sind, welche nicht so sehr. Und man sieht, es wird wieder Plätze geben, die der Herr Missenthal dann besetzen darf in einer der nächsten Transferperioden. Und man muss ja sagen, inzwischen freut man sich ja schon richtig darauf, wen Sven Missenthal mal wieder ausgräbt. Und ja, also wir sind gespannt, werden das Ganze natürlich mitverfolgen und vielleicht dann auch mal abgleichen mit der Realität. Also vielleicht kommen wir da in den nächsten Wochen nochmal drauf zurück, wenn es da Neuigkeiten in Sachen Vertragsverlängerung gibt.